Willkommen zurück zu einer weiteren Folge PC Building Simulator. Wir waren angelangt bei unserem dritten PC. Nein, dritten PC. Halt, wir haben einmal abgassiert. Bei diesem dürfen wir einmal das Netz vertauschen, nachdem der Kunde meinte, das wäre eine gute Idee, einen 6700K mit einem R992 zu kombinieren. Hier, hier acht Schrauben. Das heißt, der Kunde kriegt jetzt ein 600 Grad Netzteil. Okay, installieren, installieren. Okay, da sind wir uns. So, was ist damit? 600er rein. Die anschließen. Die anschließen. Ähm, ich bin gleich mal noch. Jetzt haben wir das B-Stick schon mal rein. Können wir schon mal 3D-Mark laufen lassen, damit wir den Rechner wieder zusammenschrauben. Ist auch schon drauf. Gut. So. Malterung. Na, wir müssen dafür... Häuserwand dran. Da dürfen wir uns das so ein bisschen angucken. Das läuft schon. Dreimal so schnell, wie der Rechner Dürfow. So. 25 FPS. Hier haben wir schon noch ein bisschen Mainboard rum. Wird erwarten, gucken wir noch mal in die E-Mails. Das war auf dem Transportweg. Das bearbeiten wir gerade. Haupt-Latin-Ansatz. Ja, fehlende Bämmer-Paste können wir kassieren. Wir kriegen dafür ja nichts. Neue Teile verfügbar. Ach, Gigabyte-Ramstick. Okay. Yay. Ah, das läuft immer noch. Das ist immer hier schön. Ne-Claudius. Auspads, Tastatur. Ne, sogar zwei verschiedene. Head-Sets, noch eine Maus, noch eine Maus. Head-Sets. Wie viele Mainboards? Na, hier ist mir jetzt ein bisschen Merch. Yay. Fertig. Das ist super. Dann können wir die Schaltens. Und dann können wir noch die Falterung installieren. Schrauben, 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 Schrauben. Fertig. Dann kommen wir zum Mainboardwechsel. Ich glaube, das ist ein cooler Master. So, hier muss einmal alles raus. Z-Boo raus. Ram raus. Das Kabel weg, das Kabel weg, das Kabel weg, das Kabel weg, das Kabel weg. Schrauben weg. Oh nein, muss ich jetzt nicht. Das verstehe ich nicht, warum die Stand-Offs rausbekommen. Wir drehen gleich genau die gleichen Stand-Offs wieder rein. Jetzt wird sich kaputt. So, Mainboard-Fast schrauben. Jetzt fahren wir ran. Die CPU und die Kabel. Z-Boo raus. So, Z-Bee-Kuh. Erzählerung. Ich kann schon mal die Kabel anschließen. Gehäuse anschließen. Ist das eigentlich da? Ne, egal. Wo ist das für die Kühlung? Ist der hier? Da steht sogar Eigentum drauf jetzt. Krass. Den Speicher. Und jetzt einfach wieder so rein, wie er drin war. So. Ja, ist denn die Grafik gerade vergessen? Jetzt können wir ihn einschalten. So. So. Jetzt starten. Ah. Vielleicht schließen wir noch die Fespa drüber. Jetzt solltet er starten. Gut. Damit haben wir den auch fertig. Der ist auch noch ein Sportweg. Den können wir kassieren. Verwerfen. Der ist auch noch ein Sportweg. Das ist auch noch ein Sportweg. Wir sind in Level 3. Wir sind in Level 3. Ja. Das ist okay. Gut. Dann installieren wir uns den. Bommel. Okay. Ich bommel öffnen. Da. Ich kriegste 300. Nein, komm. Bommel öffnen. So. So. Bommel. Bommel. Ich glaub die Stromkosten hierbei dürften teuer sind. So. Wir haben Bommel. Fünf von fünf. Fünf von fünf. Fünf von fünf. Ganz grässlich. Ein Prozessor auf Wärmleipaste. Was soll denn das heißen? Ich mag den Laden. Aber als PC-Experten haben wir die Leute nicht aufgefühlt. Das ist keine PC-Wegstatt, in der mein Kunden sein möchte. Mein Super-Dup-Poten kann kaum mehr als ein Über-Aus-Tapel-Kunterschwemm-Grader an Wunder drüben. Umso gut hätte er ein PC dann im Fensterbeißen. Boah. Was hat unser Onkel Tim Biano gemacht? Ich glaub da einen zurück machen kann. Ich hab den zurückgebrochen. Die Person aber offenbar ohne den leistesten Hauch einer Ahnung. Tim, was machst du? Das ist unsere Bewertung. Ah, okay. Das hat unser Onkel zum Himmel gemacht. Da muss ich noch ein paar Zeug. Und die Betriebskosten zahlen. Ach, bis am Ende des Tages, ne? Okay. So, wir haben unseren RAM. Und wir haben unseren PC. Den nehmen wir gleich mit. Oh, den machen wir erstmal sauber. Ja, den machen wir erstmal sauber. Dann freut sich der Kunde auch über mehr Arbeit. Aber so kann man den PC nicht wieder rausgeben. Kriegen wir noch eine schlechte Bewertung. Geht doch nicht. Und so, hier schön. Das sauber machen. Ich hab auch nicht die Pükle gezeigt. Und alles andere war sauber. Die MSI Grafikkarte. Das Mainboard. Das Gehäuse. Hier sauber. So. Alles sauber. Dann die. Die dabei dran. Rein da. Anschalten. PC-Teile. Seitenwand. Schiebeutleine. Und fertig. Der ist ja nicht ganz sauber. Die müssen sie sich wieder aufmachen. Für unseren Kunden tun wir doch alles. Andere Kunde jetzt 100 Dollar dafür bezahlen. Auf diesen Kunden. Das ist wunderschön. Ich glaub, es gibt die gute Bewertung. Ich frage mich ab, wann wir Teile des Unternehmens kaufen können. Wir haben es rausfinden. So, wir haben wieder neue E-Mails. Also, erstmal das Podcast. 4 Sterne. Der neue Systemspieler ist voll und richtig sauber haben sie ihn gemacht. Ja, wieso denn nur... Wieso dann nur 4 Sterne? Auch nicht schon wieder. Achso. Danke fürs Reparieren meines PCs. Danke fürs Reparieren meines PCs. Seit Sie die Wärmeleitpaste ergänzt haben, läuft alles prima. Yay. Ich hatte nicht gewusst, dass die Firma unter meinem Eigentum läuft. Ist aber eine gute Sache, werden Sie mich fragen. Ihre schnelle Erlegung dieses Problems hat mich beeindruckt. Deshalb gebe ich Ihnen weiter gerne eine zweite Chance. Ich werde Sie empfehlen. PC kann ein Sailaway. Das Sailing Simulator ausführen. Ein 350 Euro Budget. Gut. Okay, nehmen wir an und drill it. Brauchen wir dafür. Dann kaufen wir uns die... ... in den Bauernkorb. Brauche Festplattenkapazität. ... auf 1,5 Terabyte speichern. Wir haben drin 500, das heißt, er klickt 1 Terabyte. Oh ja. Hier kommen. Kundenkommentare sind eine launische Angelegenheit und nicht immer sagen die Leute direkt, was sie eigentlich wollen. Wir halten die Kundenkommentare in den E-Mails im Auge, denn oft sind sie heimliche Absichten daraus zu lösen, zu deren Erfüllung und zu dieser Bewertungsstelle einhaben ist. Dann sollten wir doch nochmal lesen. Okay. Mein Name ist Blake Federberg und ich gehöre zum Standplan hier bei Mugen Maniacs, der Nummer 53 oder der Webseite mit Kinomeldung im Film auszusehen. Bla, bla, bla. Ein weiteres Terabyte sollte schon genügen. Okay. Die Sammler ist noch früge, habe ich mir bereits zugelegt, aber ich möchte sie von meinem... Okay. Ich weiß, das macht keinen Spaß, aber könnten sie meinen PC wieder reinigen? Als ich ihn hoch nahm, hat es ziemlich gestaubt. Das Zeug verstopft. Okay. Von dekorativen Kabeln. Oh nee. Na gut. Kein Bitchi. Gab's das da schön... Ah, hab ich sogar im Besitz. Ah, super. Da benutzen wir die. Ihre Stromrechnung. Boah, sagst du also? Die hätte ich auch gern. Neue Teile verfügbar. Ihre Stromrechnung. Ja, ist bezahlt. Gut. Und die sind alle unterwegs. Gut. Dann sehen wir uns am nächsten Tag, würde ich sagen. Und damit werden wir dieses Video und den Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.